Vor allem ich mach grad die Schränke auf, der ist vor mir vielleicht. Ich will nicht. Hier kommt der Plan. Wir stammen den Kontrollraum, nehmen das Kammerschlüsselfragende und schalten den Laser aus. Nein, 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 ich will nicht. Alter. Ach du. Scheiße. Was haben wir getan? Was machen wir? Ich zeig dir gleich ab. Bleib mal stehen. Nur so lange greifen die nämlich nicht an. Oder auch noch. Na, warum hab ich keine Killersphäre genommen? Die Vergnügungsphäre ist nutzlos. Ich spiele einfach Musik, um dich in Killer-Stimmung zu bringen. Killer-Stimmung. Stimmung! Oh, Deep Beaver Moose, ein Klassiker. Oh, hinter uns. Der da. Der Schild ab. Und für Reismating. Musik. Für mich um den, um das Viech. Aber dich zuerst. Nein. Nein. Zeit für die Jagd. Du kannst es nicht ewig verstecken. Doch, kann ich. Der mich hin und her hilft. Den Flummi. Den Gummiball. Der Rek. 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 oh Mad greatest. Wow. like. Fellowship humanos. Hmm. God, jetzt kleiner freund entdeckt mich schon weg oder ist er noch da ne ne der ist noch da ich hab ihn aber gleich war sie weggeportet oder was war das mit den gegnern oder oben sind noch welche ich kann noch ein anscheinend er rennt vor dir weg kann das sein mann 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 die haften in den granaten aneim sie würden dir für einen zusätzlichen urlaubstag in den rücken fallen ich dagegen sehe die dabei wenigstens ins gesicht denn so macht man das unter bros ach was du siehst lange ins gesicht auch ne der kommt fast die kreis jemand stärkeres hat das e übernommen wenn nicht maliwan dann jacobs oder verdammt noch mal auch ouch helfen Schild, von wem? Defender will ich hier rüber nimm. Mh. Der hat auch ganz schön frieher aus. Wenn's beim ersten Mal nicht klappt... stirb einfach nochmal. Wenn's beim ersten Mal nicht klappt, stirb einfach nochmal. Diesmal halte ich mich nicht zurück. und ich fand die weglaufen bei gelaufen ich habe Oh, ihr nervt Yo, hier ist noch so ein großer Nehm, ouch Oh, scheiße, ich hab's nie überlebt Ich bin down Oh? Der fette eben Das Problem war einfach Wir waren einfach beide nebeneinander Dieses Elektroschock hat es beide gekippt über dem Schild Hm Wir sind dieses Mal nicht die Bösen Und runter Was? Auf und wechseln Was? Wir sind es lohnt Ich konnte ja da gerade eben die Wechsel Wie eine Leerwart Hier bin ich Überwältigt sie Ja, alles klar Ja Nicht noch, bleib am Leben Ich werde ein bisschen spazieren Während du verblutest Ja Jau Wahrscheinlich Ja Nervt auch damit Hm Hm Ach, diese scheiß Stäbe Die gehen mir auf den Keks, ey Hm Wie trifft mich das denn hier hinten? Ach das, ich bin immer noch im Elektro Ach Manni Los Jumel Das ist MEIN Haus Das ist DEIN Haus? Ja mal mein Oh, meinen kleinen Freund hier irgendwo Meinen anderen Freund hier Nein Nein Oh Gott, ich bin immer noch laut Oh, die gehen mir auf den Sack Da ist irgendwie ein lauer Typ bei, ey Ok Ich bin nicht der Lager Der Lager hat sie Ja 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 Badass Ja 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 Autsch Ja Eigene Granate Scheiße Ja 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 Das war ihm aber meine eigene Schuld, ich habe mir eine Granate gekriegt, weil die vom Gegner abgebreitet ist. Und verbrennt schon wieder, ey. Fangen Sie, Junge! Jetzt werde ich auch hoffentlich. Oh, danke! Der Manns Gag ist am Boden! Wien raus, muss das laden! Kommt zurück, zusammen sind wir stärker! Nee, ich brauche den Kopf! Und jetzt, lass uns jagen! Das ist kein Bonus-Deck, ne? Macht sie fertig! Die Musik ist die geilste dazu. Ja, ja. Das war es, als wir, um dich zu töten. Ja, das war auch schon da. Ja, der. Wow, helf mir mal schnell! Was bist du denn? Hier unten, hier unten, hier unten. Ey, dein Viech macht das doch auch nicht. Ne, der, der hilft mir doch nicht hoch. Ich bin drin! Hammerjäger, Laser abfeuern! Freeze! Freeze! Tu das nicht! Tu das bitte nicht, Reese! Doch, doch, doch! Ich schwöre dir, wenn du diesen Laser abfeuerst... So. Neue Koordinaten abgegeben. Bekanntes Tier identifiziert. Zanara, Vergnügungsjagd der Klasse 2F. Tiersperre überschrieben. Feuersequenz initiiert. Feuersequenz sofort überschreiben! Security! Tu doch was! Laserfeuert in 3, 2, 1. 2, 1. Tschüss! Sayonara, Sanara! Ohohohohoho! Scheiße! Das war der Hammer! Ich glaub das Ding ist weg. Leck mir die Eier, Katagawa! Aaaaahhhhhhhhhh! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhh! Oh, komm schon! Verdirb mir nicht die Freude! Ich meine, was ist schon die Zerstörung von Privateigentum im Rahmen eines Übernahmekriegs! ok eine sekunde gut du kannst das Fragment jetzt haben ja ah ah da ist es das Fragment nicht so schnell wow nein hat er Coverball wollt ihr uns verarschen ganz ehrlich wollen wir uns verarschen oder was ja wenn es zuerst ist ok ich kann mal ein bisschen laufen lass mich holen die erste Sektion geht eigentlich relativ mhm noch yo Laser einfach runterspringen wir nicht auch oh mein Gott Feuerballchen das kannst du doch besser von denen haben wir nicht gesprochen dann halt auf die konventionelle lass mich lass mich hab ich gesagt tisse kann ich das da oben haben ist doch kein Problem ich kümmere mich von unten ich kümmere mich von unten ich kümmere mich von unten wow oh ne ich will nicht danke vielleicht keine Munition ne ok ich hätte mir einpacken sollen für die haften und nicht mehr so das Schildschirm unterkriegen werde ok das Schildschirm unterkriegen werde ok ok das Schild lenkt sie ab der droppen boah alter ja elektro ne ja Eis ist Eis ist Eis oh mein Gott jawohl macht der einen eben Eis zu FASS egal egal ich hab die ganze Zeit ich bin gleich dauernd einmal ok oh nein das Schildschirm uuuuuh nein 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 oh fuck 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 ich hab mein Schild nicht verdient ja ich wollte mir doch nicht warten hm oh ne oder doch nicht warum oder doch nicht hast du mir üben erledigt ne da ist noch was das reicht ich verdopple man es hat kurte mann mann erstmal ist auch sammeln am besten spart an kaufen und zum kaufen dafür ist das geld da geflogen ich bin oder noch schlafen will noch ich werde gut gemacht lasst uns kurz der opfer gedenken wo in frieden wo in frieden das ist der zweite teil des kammerschlüssels Bring ihn zu mir auf die Sanctuary. Oh, keine Küste. Oh, sexy. Du hast kleinen Thales von Habima. Ja. Ey, wir mussten grad loswerden. Voll. Hast du Sanctuary bereit? Ja, ich bin bereit. Offen, ey. Ach, ja. Heilige Maria Gottes, ey. Meine Güte, die ist scheiß cool, aber die ging eigentlich relativ einfach. Ich stand eben nur scheiße mit Habima. Säure und Elektro, wo ging die flott runter? Bring das Fragment zu mir ins Labor, Kammerjäger. Ich hab mich immer über die Größe der Kammer-Schlüsselfragmente gewundert. Vielleicht waren die Eridianer größer als wir, oder stärker. Ich werde dieses neue Fragment allein untersuchen. Hallo. Du darfst jetzt gehen. Komm zur Besprechung auf die Brücke. Vergleich. Sie hat immer hier Heilung drin. Was will ich haben? Was will ich haben? Ich soll. Das kann ich kurz gebrauchen. Das kann weg, das ist Mist. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Okay. Was ist das? Hm? Ich bin nicht müde. Nein. Überhaupt nicht. Ich muss mal kurz hier verkaufen. Mach mal. Nein, die will ich auf jeden Fall nicht. Na. Nee. Na, ich kann es schon direkt so gucken, als ob sie es da haben will, auch wenn sie siebzehme später die halten. Können diese Trottel sich denn nicht anders amüsieren? Hab die Spürze gefunden. Ah, nein, nein. Ganz einfach, sie war schon sexy, war der Kampf. Bei Söldnern ist es wie bei Händlern. Nur mit einem guten Vorrat kommst du irgendwie durch. Ja, ja. Obst du in den November mit? Crocsagate. 9000. Voll an die Weiße. Na Menge der Monizierung passt ja mal runter. Oder die Umfrage. Gut hinter. Ey. 27000 kostet das nächste. Was ist das nächste? Platz. Sie sehen klein aus. Aber nur weil sie so weit weg sind. Du wirst das nicht machen. Hast du gehört? Okay. Ich zeig mal, was ist denn was. Hm. Du bist nicht mein Boss. Radnamen. Okay. Ist schön. Ist doch gut. So. Dann einmal kurz auf die Brücke gleich. Noch mal. Guck noch mal, was hier schönes drin ist. Okay. Hm. Aha. 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 Ja, aber schlecht. Klar. Warum auch nicht? Chill. Ja. Du bist gerade auch da, ne? Darf ich hier dran? Ja. Geh ruhig mal. Ein Schlüssel. Du müsst hier wieder. Kapazität ist nötig, ey. Lade, laden. Hm. Seht kacke aus. Können wir mal zweiten Mann. Sicher ist sicher. Okay. Oh, was legendäres. Huh. Und ich werde jetzt nie mehr mit Klonen spielen mit diesem. Okay. Ja. Ist ein bisschen zu aufwendig. Was? Können wir mal zusammen machen. Hm. Okay. Okay. Oh, was legendäres. Ein Schild. Ich kann. Tschüss, letzter Schlüssel. Ja. Schöne Waffen. Nichts legendäres. Und kein Plastentum mehr. Was? Oh. Hm. 15% Schubkugel als Munition. Oh. Oh. Das ist natürlich auch. Okay. Was haben wir da? Das ist sowas. Gefährliches Spiel. Verborgene Maschine. The Game. Granatenschaden. The Cops Waffe ziehgenauigkeit. Was ist das? Was ist das? Die Karte ist weg. Okay. Hm. Schadene. Wurscht. Schade um 30%. Das lassen etwas Geld fahren, wenn nicht schade. Nein. Geil. Ich musste nur nochmal Costa kaufen, damit ich die heute nicht schade. Was ist? 2 oder 3? 1? Schade. Was in der Tarkontum geht, nur Geld bleibt ewig. Hintergeschosse und weg. So. War gar nicht schlecht aus. Ich bin sicher, wir treffen uns schon bald wieder. Ich hab heute ein besseres Schild drin gehabt. Freiheit verkauft. Hat er das gerade eben automatisch auf den Boden geworfen, oder was? Was? Die Sachen. Ne, ich hab nichts gemacht. Keine Ahnung. Ne, er hier. Kann sein. Irgendwann automatisch. Achso. Das ist nur möglich, oder? Die macht natürlich auch einen Wumms. Wie macht die einen Wumms denn? 75er. Puh. Tja. So. Oh. Wer braucht mich? Wer braucht mich? Gibt es nicht gleich alles aus? Außer natürlich hier. So, weg einmal. Was kommt? Wenn du dir die Taschen füllst, werden sie aber nicht kugelsicher. So. Ich bin schon weg. Aha. Drei. Eins. Eins. Drei. Eins. Okay. Dann kann das weg. Hm. Wollte ich da. Die wollte ich da nicht. Die wollte ich da nicht. Ach komm, lass mal drinnen. Ist auch okay. Das meiste ist einfach nur Müll. Egal was ich einkaufe. Ich will manche Sachen für mich. Hm? Ich will manche Sachen für mich. Hm? So Sachen gehen. Ja, weil vieles ist es eigentlich, weil das ich nicht fliegen würde. Ja, das stimmt. Lass dich mal wieder blicken. Aber das ist normal bei Borderlands irgendwie. Ich hoffe, wenn sie behalten auf jeden. Wollen wir nochmal zur Brücke? Moment. Aber ich glaube, wenn wir jede Quest machen würden wir ordentlich Geld haben eigentlich. Ja. Da. Ah. Hm-hm. Weg. Ha. Erstmal verschärbeln. Was hätten wir hier? Ah. Ah. 4 von 8. Sie spielen Darts mit meinen Spritzen. Das ist inakzeptabel. Außerdem weiß doch jeder das Spiele nur als für Hirnamputierte Schwachköpfe und Rats. das merke ich mir das ist die stelle ich habe eine mission für dich ich war so froh aus dem kloster rauszukommen dass ich einige wichtige dinge liegen gelassen habe du musst sie für mich holen was ist aber irgendwann eine spitze ich habe alles ausgerüstet was ich brauche ich habe nicht gemacht kann ich immer noch mal keine spitze ja warum nicht haften damit habe ich vorher die ganze zeit gespielt weil die kann ich auch ich höre mal auf damit ja hallo du führst malibor und der bossen ordentlich vorkiller dank dir könnte atlas diesen krieg tatsächlich überstehen aber wir dürfen die kammer nicht aus den augen verlieren wir müssen vor den kalypsus dort sein das ist unsere mission abgestoßen er meint er hätte informationen zum letzten schlüssel fragment ich habe das dritte schlüsselfragment hier im atlas hauptquartier das hast du uns die ganze zeit verheimlicht ich sag doch typen mit schnäuzer kann man nicht trauen ja da sagt ja nichts dazu er sagt was uns verpackt wir wollen es haben auch wenn du daran gelenkt hast ich will nicht zu viel verraten aber ich hoffe ihr steht auf sauren äpfel kommt runter zu atlas und ich lasse euch durch den geheimen er wollte nicht mehr das wird zu gefährlich wieder sehr knackig ja das wäre dann wir sehen uns ja ja gut leider damit wir mehr was sagen vielleicht spielt er noch um ja wohl verpackt jetzt jo dann würden wir sagen bis zum nächsten mal bei Borderlands 3 mit Flash mit Centos tschüss tot tschau An deiner Stelle würde ich nicht gegen mich kämpfen.